Moin, hier ist Miro von Olaid und heute habe ich für euch die S1 AirBeton 2 in Orange. Ja und abgesehen von dieser schönen neuen Farbe hier, zeige ich euch auch mal ganz kurz die Vergangenheit. Ihr seht das, wir haben wirklich schöne limitierte Editionen gehabt in der Vergangenheit und wir besprechen natürlich auch die technischen Daten. Die S1 AirBeton 2 hat 1000 Lumen, maximal 145 Meter Reichweite und einen schön ausgeglichenen Lichtkegel, wie ihr hier auch sehen könnt. Hier hat man wirklich den nahen, den mittleren und auch ein kleines bisschen den etwas weiter entfernten Bereich gut im Blick. Und die Reichweite ist für den Alltag auch wirklich absolut ausreichend. Außerdem integriert ist eine Ladestandsanzeige im Seitenschalter und eine magnetische Auflademöglichkeit über die Endkappe. Betrieben wird die Taschenlampe mit einem 16340 Akku mit 550 mAh und dieser erlaubt die geringen Maße bei gleichzeitig hoher Leistung von der S1 AirBeton 2. Bei Olaid bringen wir euch immer wieder neue Farben in limitierten Editionen, die Sammlerherzen höher schlagen lassen. Und ich denke, den praktischen Nutzen der Taschenlampe konnte ich euch gerade schon ganz gut näher bringen. Hier seht ihr sie zusammen mit der Seeker 2 Pro und der Perun Mini, von denen wir jeweils auch bereits eine orange Version rausgebracht haben. Sehr schön finde ich, dass bei dieser S1 AirBeton 2 in orange auch auf kleine Details geachtet wurden, wie zum Beispiel auf die schwarze Frontblende und den schwarzen Pocketclip. Das sieht natürlich sehr viel besser aus vom Kontrast her, als wären da zum Beispiel die blauen Elemente anderer limitierter Editionen verbaut worden. Aber kommen wir mal kurz zur Bedienung und die ist ganz einfach und Olaid typisch. Wir haben hier einen Seitenschalter, in dem ja auch die Akkustanzanzeige integriert ist und über den können wir die verschiedenen Modi wählen. Entweder mit einem einfachen Klick in den letzten Modus, den wir benutzt haben oder wenn ich jetzt mal gedrückt halte für einen Moment, direkt in den Moonlight Modus, den sieht man hier so gerade auf meiner Hand und dann über diverse Modi bis ganz nach oben in den Turbo und dann hat man auch die volle Reichweite und die vollen 1000 Lumen. Einen Strobe gibt es auch, den erreicht man über dreifaches Drücken des Seitenschalters. Ja und dann haben wir auch noch eine Funktion, mit der man die Lampe sperren kann, sodass sie nicht versehentlich eingeschaltet werden kann. Und hierfür halten wir einfach den Seitenschalter so lange gedrückt, bis der Moonlight Modus einmal an und dann auch wieder ausgegangen ist. Und zum Entsperren das Gleiche, aber vorher zeige ich euch einmal ganz kurz, dass hier nichts mehr passiert. Ja und zum Einschalten einfach wieder gedrückt halten, bis der Moonlight Modus an ist und dann kann es weitergehen. Praktisch ist auch der bidirektionale Pocket Clip, mit dem man die Taschenlampe wunderbar in der Hosentasche, aber auch an Käppies oder Kleidungsstücken und anderen Ausrüstungsgegenständen befestigen kann. Die wichtigsten Daten zum Sale der S1R Beton, zwei hier in orange, die blende ich euch mal eben ein. Und ihr habt natürlich wie immer die Möglichkeit bis zu 40% Rabatt auf dieses schöne Modell hier zu bekommen. 30% alleine und 40% im Bundle. Von daher schaut auch mal unten auf den Link. Da habe ich euch direkt den Sale-Bereich unserer Website verlinkt. Und ihr könnt euch mal zwischen den Bundles umschauen. Da haben wir immer mal wieder ein paar Veränderungen vor dem Sale, deshalb gehe ich da jetzt nicht genauer drauf ein. Aber ich finde die Bundles lohnen sich immer sehr, denn da bekommt ihr die zweite Taschenlampe dann meistens deutlich günstiger. Manchmal sogar nur für ein paar Euro, wenn es eine kleinere Lampe ist. Von daher schaut euch das mal an. Ja, es wäre aber kein schönes Video für mich, wenn ich nicht euch auch was zurückgeben könnte. Und das mache ich auch. Es gibt jetzt eine S1R Beton 2 hier in orange zu gewinnen. Und zwar jeweils auf Facebook und auch auf YouTube, da ich das Video auf beiden Plattformen hochlade. Und die Regeln könnt ihr euch unten ebenfalls einmal anschauen und dann einfach mitmachen. Ja, und wer weitere Informationen zum Sale haben möchte, der kann sich ja auch auf den genannten Plattformen, aber auch auf Instagram bei meinem Kollegen Julius einmal umschauen. Da bieten wir euch jede Menge Infos zu den Taschenlampen und wir geben euch auch Mühe, nicht nur Fotos aus dem Studio und Videos aus dem Studio, sondern wie ich hier gerade auch aus der Praxis, bei natürlichem Licht, bei verschiedenen Lichtbedingungen auch zu geben. Denn ich finde, bei den limitierten Editionen ist es immer ganz wichtig, dass man die Farbe auch in unterschiedlichen Bedingungen sieht. Denn je nach Licht sieht die natürlich anders aus und manche Farben sind wirklich schwer einzufangen. Ja, zu guter Letzt noch einmal Dankeschön für eure netten Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber. So spreche ich nicht nur zur Kamera, sondern ich habe auch das Gefühl, ich spreche wirklich zu euch und es kommt ein bisschen Feedback zurück. Vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, allzeit gutes Licht. Musik 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 Musik